Wenn er eins glänzt, dann ist das trippig. Es kann auch nichts als Spaß auf Kassrase oder Plattig, hm? Es kann auch nichts als Spaß auf Kassrase oder Plattig, hm? No! Fuck him! Fuck him! Fuck him! No! Oh oh! No! Benbert, die Stimme... Ah! Zack! Oh nein! Sehr schön. Ah, da dribbelt er erstmal ne Runde. Wah! Oh oh! Oh! Ah, die beiden gehen doch ein bisschen vorsichtiger vor im One-on-One. Tresack! Ich hätte jetzt ja Bock auf Steak, ne? Ich hätte jetzt Bock auf... Steak! Oh! Klicksgrind! Eine Minute noch! Es ist nichts entschieden! Oh oh! Oh ne ist klar! Schöne Vorlage! Schöne Vorlage! Dribbeli rein! Ja! Danke Berti! Das ging! Nein! 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 Oh! Der wäre vorbeigegangen, aber... Was? Ja! Ja! Schweine! Sepp! Ja! Das ging! Ach du! Angriff ist die beste Verteidigung! Boah! Robby, du wirst das Land verlassen müssen, wenn du verlierst! Warum? Berti ist doch im Ausland! Boah! Boah! Alter Späde! Boah! Boah! Boah, komm ey! Das gibt's nicht nicht! Boah! Ja genau, alles klar. Ah! Warte! Stört halt die... Scheiße! Noch ist er mal nicht verloren. Er ist am Preis nicht gewesen, aber ja... Und das nächste Tor, ja, vorhin. Das gibt's nicht, ey. Nochmal, Nachsätze. Ich möchte den Bayern tauslos aufs Raul hauen, das gibt's doch nicht. Wenn er eins gelernt hat. Das ist halt wie so. Ja, wie geil! Sepp, nicht schon wieder dein eigenes... Und da ist er. Bleibt im Spiel, aber lasst euch nicht davon gefangen nehmen. Oh! Ja! Nein! Wenn Gott noch leben würde, um das zu sehen. Ja, der ist hoch. Jetzt hört's! Nein! Noch einen Moment, ich schau kurz nach dem Stack. Das war's ja schon, zwei von drei. Eigentlich könnte man direkt mal ein wirkliches Turnier draus machen, ne? Was? Turnier. T-U-N-N-I-E-R. T-U-N-N-I-E-R. Oh! Ja! Schön! Nein! 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 Was ist da los, Robby? Nein! Nein! Ich werde erstmal mit Elan dran vorbei. Nein! Und Sepp, ihr habt das an. Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Wie ist das gemacht? Nein! Hahahaha! Uns doch! Hahahaha! Ruhe! Sag, Tor! Na gut! Torreich in zweite Halbzeit! Dritte! So Sepp! Nach liegt! Genau, dritte Halbzeit! Wunderbar! Ja! Schön gehalten, Sepp! Dreck Schweine! Helf! Ich will erstmal gucken, was Geld gemacht wird. Ah! Hahahaha! 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 Die Schande von Bayern! Takt oben! Hahahaha! Jetzt geben sie sich nichts! Na, guck an! So dachte ich eigentlich, ich spiele Sepp durchgehend! Ja, hab ich auch gedacht! Und Beatty auch! Hahahaha! Ich hab im Kopf! Äh... Der macht rein! Jawohl! Ich bin nach dem Ding krank gewesen! Hahahaha! Ja! Einwandfrei, Sepp! Makellos! Ja! Er fällt da rein! Er verlässt Sepp sich gar nicht in die Hand! Die sind Vorsprung an! Hahahaha! Robi hat sein Steak wahrscheinlich schon in der linken Hand! Hahahaha! Es ist der Wari! Ja, Sepp, herzlichen Glückwunsch! Du bist also doch so schlecht, wie alle erwarten! Hahahaha! Hehehehehe! Heheheh! Untertitelung des ZDF, 2020